So, dann werden wir mal das Ablenkungsmanöver einleiten. Ich weiß nur noch nicht wie. So, da hinten gibt es ein Friedrichstein zu gewinnen. Wenn ich wüsste wie. Wenn die nicht mal hier alle dazwischen stehen würden, dann würde ich ja es eventuell auch... Na, wo, 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 wo? Nein, scheiß... Jawohl! In der letzten Millisekunde haben wir Dimitri Elstein gewonnen. Woher sind wir nicht gut? Ja, er speichert und er macht seinen Move, den wir nicht sehen können, weil leider das Pferd von irgendjemandem... Nein. Ja, du gehst auf dein kleines Pferd zurück, Digga. Ja, wir nehmen ihn. Zack. Dann reiten wir mal den Steinen hinterher. Die da hier durch... Aus Gilead. Ah, das ist aus Gilead. Wow, er hat einen mächtigen Bogen. Er bringt sogar Statuen zum Feind. Wir können nicht schwimmen. Wir können nicht schwimmen. Oh yeah. Äh, wir müssen da lang. Was zur Hölle? Ich brauche jetzt wirklich die ganzen Fähigkeiten von dem Ganzen. Oh. Ich brauche jetzt wirklich die Kontrolle fertig. Ich brauche jetzt... Oh. und jetzt naja egal nein das ist kann als ein pferd kann er kommt auf gandalf sein pferd gandalf kann auf gandalf sein pferd genau so wie sich das gehört gandalf bei gandalf warm schön dagegen alles kaputt machen das mache ich jetzt nicht die mission ich will woanders hin da wo ihr nicht hin müsst da wo nur die geschichte auf geht's nach mordor vor schwarze tor als ablenkung und sam die zwei tapferen krieger was dem kleinen hier einfällt ja jetzt umso mehr umso besser keine ahnung was uns das bringt aber hey umso mehr umso besser wir müssen nicht in diese tiefen dunklen herren doch müssen wir hier müssen wir nicht müssen da lang oder sumpf gedeihen what the hell what the fuck what the fuck ja ich glaube nicht dass da die pferde drüber gekommen oder nein kommen sie definitiv nicht der pfeil geht da lang komm wieder hoch oder so ich habe ein haus aus den knochen meiner feinde gebaut du was aber mir gingen die knochen aus bevor ich den skelettschlüssel machen konnte in den praten der toten gibt es sicher noch einen was zur höhle ja aber das werde ich nicht machen weil du doof bist und du bist ein feind und warum ändert sich die sicht nicht was zur hölle willst du nicht ja klar ja du bist so ein held läuft legolas du bist unser held unser held unser held er macht allen was es gefällt und er ist zu doof zum reiten auf plattformen zu springen denn aber auch er hat schon abgeschossen und wir sind wieder ganz am anfang ich finde in deko spiel nicht ich will mich immer gegen während dass ich mich ganz zum anfang rückspringen muss war war wir haben es geschafft nach da geht es natürlich kkk zum speichern immer schön speichern ja es war nur eine karte kartenstatue entdeckt die todes sind 8 mithril steine könnt man hier finden aber erstmal die haupt mission gleich sind wir vom mordor hey da ist noch so ein typ den ich schlagen kann und morden kann jetzt wieder gekauft werden ich kenne die typen nicht mal alle aber wir können ihn kaufen und wir haben ihn gekauft vor dem schwarzen tor ist noch eine kartenstatue doch C9 Du Bogo bogo die Dafür Da war sind Dr sind ein alles ein Heraustreten! Bei allem, was euch teuer ist auf dieser Erde, sag ich, haltet stand! Menschen des Westens! Ha! Hör auf, geht's in die Schlauhe! Oh oh! Schön! 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 Was ist das? Was passiert jetzt? Wir werden hier abgeschossen Aus dem sich bestimmt Gimli wieder schönes Dach baulen kann Und wir verlieren jetzt übelst schnell die Münzen, weil wir immer zu sterben werden Gimli baut schnell eine Falle für diesen großen bösen Frock Ah, hier bin ich Loil, und er hat mich gedämmt Loil, jetzt ist er voll in die Menge gefallen Lokisch Wir nutzen alle Elemente, die wir haben Ja, und sterben natürlich Wir brauchen einfach auch Stört uns nicht, nein Uns stört er nicht Hier bin ich Digga Nicht anpolen, angreifen Jawoll Bam Jetzt ist er down, oder? Jawoll, er ist down Nasku Wie ich dir so viel da hause Ich hoffe, er ist genau so zu besiegen wie der andere Ah, schön Los, greif mich an Ah, ah, Legolas Legolas Wo ist mein Legolas? Bam Bam Mitten ins Heft getroffen 2 3 3 4 5 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 6 7 7 Haha, ich hab schon seinen Panzer schon vorher runtergeschossen. Was wollt ihr denn im Erklären-Spiel? Nein, Gimli! Er wurde getötet. Gedarmt. Zack, Gimli klettert in Sicherheit. Gimli spielt nämlich jetzt. Oh, gerade. Bö, spät. Bö, mama. Nicht die Mama, 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 nein, nein, nein. Nicht die Mama, nicht die Mama, nicht die Mama, nein, nein, nein. Oh, 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 oh. Ba, 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 mitten in your face, Digger. Ba, ba, so erledigt man das. Und auch wieder diese Scheißen als Gucci. ja sind mir diese dicken dicken dickerchen schon ein wenig lieber ich glaube nicht aber vielleicht drei vier mal zwischen euch aber verdammt legolas wurde gewollt hat nicht mal fünf sekunden gedauert den weg zu kriegen und nein was zur hölle entweder springt er jetzt oder die ganze wand fällt ein nein er springt natürlich aus zehn metern höhe wo ist er denn hier mit seinem mega schwert einfach so abgewollt an dem was der hölle muss ich denn jetzt machen hat er spielt sich in rage sozusagen und dann der ist sowas von stark den darfst du echt nicht in die quere kommt es wird so die letzte rüstung und in your head war jetzt ist es nur ein normales vieh warum rennt er jetzt darüber und gibt mir bestimmt wieder getötet zu werden oh er hat wieder seine peitsche das sieht klar aus so ein ding für gimli er baut was zusammen wenn ich sehen werde was er da zusammenbaut was hat er jetzt zusammengebaut ich sehs nicht was hat er beim kommen legolas lol hat er alle getroffen oder hat schon alle okay höchst interessant wenn er schon alle hat ich freue mich weil nur Gimli hier hoch kann ah wir bauen oben ein Tor nein ach man dann müssen wir wohl noch mal da hoch ah ich hab noch was schönes gefunden wenn es klappt gerade so im Bild gesehnt kreif mich an du Held los reiß die Wand ein ja ja Im Gesicht, so mussten wir es machen. Jawoll! Unsere Rettung. Das schwarze Tor. Level abgeschlossen. Da da da. Argon. Gondorische Rüstung. Naja, so viel Geld dürfen wir in dem nicht haben. So. Ja, wie viel, wie viel, wie viel, wie viel, so 100, ja fast. 100 Sekunden, 50 hätte ich getötet. So, Geschichte fortfahren. Und die Reise ging weiter. Hm. 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 Ich hab was getrunken. Aber wir müssen zu den zwei. Der Ring wird bald vernichtet. Deswegen mach ich hier gerade einen Aufnahmeschnitt. Ja. 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 Ja.